Das Männlichkeitsbild hat sich in den letzten Jahren sehr stark verändert. Während Härte, Stärke, Konkurrenzdenken früher klassische männliche Eigenschaften waren, gelten sie heute eher als veraltete Stereotypen. Doch hatten wir damals wirklich ein falsches Bild von Männlichkeit oder erfüllen diese Eigenschaften vielleicht sogar einen tiefgreifenderen Zweck als die meisten glauben? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Road to Billionaire. In diesem Video erkläre ich, warum man als Mann erfolgreich werden sollte und ich beantworte die Frage, ob typisch männliche Eigenschaften nur die Lüge eines sozialen Konstruktes sind oder ob Männer diese Werte wirklich besitzen und ob sie diese ausleben sollten. Um diese Frage wissenschaftlich zu beantworten, müssen wir uns zunächst die biologischen Unterschiede zwischen Mann und Frau anschauen. Mal ganz von den äußerlichen Unterschieden abzusehen und der Tatsache, dass Frauen Kinder bekommen können und Männer nicht, produzieren Männer am Tag zehnmal mehr Testosteron als Frauen. Das führt dazu, dass Männer mehr Muskeln haben und somit auch stärker sind, dass Männer mehr Haarwachstum haben, aber interessanterweise auch mehr Haarausfall haben im Alter. All dafür ist Testosteron zuständig. Es führt auch zu mehr Aggression, zu mehr Konkurrenzdenken und Studien haben sogar auch gezeigt, dass Testosteron zu mehr Fairness und Großzügigkeit führt. Außerdem haben Menschen mit einem größeren finanziellen Erfolg in der Regel auch mehr Testosteron. Sowohl bei Frauen als auch bei Männern hat man herausgefunden, dass Gefängnisinsassen, die schwerwiegende Gewaltverbrechen ausgeübt haben, im Schnitt mehr Testosteron haben, als Gefängnisinsassen, die wegen Diebstahl oder Drogenmissbrauch einsitzen. Jungs haben es in der Pubertät aufgrund des plötzlich ansteigenden Testosteronspiegels extrem schwer. 80% der Jugendlichen mit einer Lernbehinderung oder mit Legasthenie sind Jungs. 80% der Jugendlichen Selbstmörder sind Jungs. Das liegt unter anderem daran, dass Testosteron in der Jugend zu Niedergeschlagenheit, zu einer schlechteren Selbstwahrnehmung oder sogar zu Depressionen führen kann. Testosteron ist also ein zweischneidiges Schwert. Es führt zu mehr Problemen, aber auch zu viel mehr Chancen. Und genau deshalb gibt es auch so viele Unterschiede zwischen Männern. Betrachtet man den Durchschnitts-IQ eines Menschen, so sind Männer und Frauen zwar gleich auf, betrachtet man allerdings die Extreme, also die Menschen, die einen besonders niedrigen IQ haben, und die Menschen, die einen besonderen hohen IQ haben, sind die Männer in beiden Kategorien deutlich überlegen. Das erklärt unter anderem, warum Männer zum einen gepaart mit den anderen erfolgreichen Eigenschaften von Testosteron im Schnitt erfolgreicher sind als Frauen. Auf der anderen Seite erklärt es aber auch, warum die meisten obdachlosen Männer sind. Es ist also nicht zu leugnen, dass Männer andere typische Verhaltensweisen haben als Frauen. Die Frage ist jetzt aber, sollten Männer ihre maskulinen Eigenschaften ausleben? Wichtig ist auf jeden Fall, dass sich jeder Mann seinen männlichen Eigenschaften bewusst ist und diese nicht unterdrückt. Denn eine Unterdrückung führt nicht dazu, dass die Eigenschaften nicht mehr existieren. Ganz im Gegenteil, eine Unterdrückung führt dazu, dass man irgendwann vielleicht ins Extreme abdriftet, durchdreht und andere Menschen gefährdet. Wer sich aber seinen männlichen Attributen bewusst ist, der kann diese gezielt positiv einsetzen. Was ist jetzt aber mit Eigenschaften wie Konkurrenzdenken? Sollte man danach streben, erfolgreich zu werden und sollte man danach streben, besser zu sein als andere Männer? Und die Antwort ist ganz klar, ja. Aber warum? Es ist natürlich kein Muss, erfolgreich zu werden und Erfolg ist heutzutage auch ein sehr dehnbarer Begriff. Aber es ist auf jeden Fall klar, dass es eine Art Dominanzhierarchie unter Menschen gibt. Auch wenn es viele leugnen, so nimmt jeder diese Hierarchie wahr. Oft wird behauptet, diese Hierarchien seien altmodisch und sollten ignoriert werden. Aber die Psychologie sagt ganz klar, dass sich die Position in der Hierarchie auf das Wohlbefinden auswirkt. Wer sich also weiter oben in der Dominanzhierarchie befindet, ist im Schnitt glücklicher als jemand, der sich sehr weit unten befindet. Wer sich ganz am Boden befindet, der kann sogar sehr unglücklich werden und depressionsähnliche Symptome erfahren. Natürlich kann man diese Hierarchie nicht nur an Geld, Stärke und Aussehen messen. Man muss diese Hierarchie der heutigen Gesellschaft anpassen. Zum Beispiel ist die Fähigkeit, einen Mammut zu erlegen, heute wohl eher unwichtig. Stattdessen rücken geistige Fähigkeiten wie Intelligenz immer mehr in den Vordergrund und physische Eigenschaften werden immer unwichtiger, da sie heute einfach nicht mehr gebraucht werden. Man muss aber trotzdem beachten, dass die Position in der Hierarchie von der Wahrnehmung anderer Menschen abhängig ist. Und da sich unsere Gehirne nicht so schnell entwickeln wie unsere Welt, spielen Stärke und Muskeln doch noch eine sehr große Rolle. Ich will unbedingt noch betonen, dass dabei nicht nur Erfolg eine wichtige Rolle spielt. Auch der Umgang mit anderen Menschen ist dabei essentiell. Bösewichte in Superheldenfilme haben meistens Geld, Macht und Erfolg, aber trotzdem stehen sie nicht an der Spitze der Hierarchiekette, denn jemand mit den gleichen Eigenschaften, der aber gut zu den Menschen ist, der steht immer über ihnen. Es geht nämlich auch darum, gute Taten zu vollbringen und von den Menschen respektiert zu werden. Zum Ende möchte ich noch den Zweck dieses Videos erklären. Es geht mir nicht darum, Menschen in irgendwelche Schubladen einzuordnen und ich möchte auch nicht mit dem Finger auf irgendwelche Menschen zeigen. Ich will Männer dazu ermutigen, sich mit ihren maskulinen Eigenschaften zu beschäftigen, damit sie lernen, damit umzugehen und diese positiv einzusetzen. Wer sich nicht damit beschäftigt und diese Eigenschaften vielleicht sogar unterdrückt, weil er denkt, sie existieren nicht, der wird möglicherweise unglücklich und stellt im schlimmsten Fall sogar eine Gefahr dar, indem er durchdreht und jahrelang unterdrückte Aggressionen unkontrolliert ausübt. Demnach ist es auch extrem gefährlich, Männern beizubringen, sie sollen ihre maskulinen Attribute unterdrücken oder noch schlimmer, ihnen zu sagen, dass ihre männlichen Attribute gar nicht existieren würden. Das kann nämlich, wie gerade erwähnt, zu einer unkontrollierten Ausübung dieser Eigenschaft führen und andere Menschen gefährden. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was eurer Meinung nach männliche Eigenschaften sind und was nur Stereotypen sind. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.